Ein Fahrstuhl ohne Tür, man sollte aber rechtzeitig aussteigen. Früher hat man uns immer erzählt, man kommt sonst auf den Kopf wieder runter und das wollen wir jetzt mal für euch testen. Ja, gleich sind wir oben, gleich sind wir oben, komm wir sind hier zu zweit. Lass die da bitte aussteigen, ich hoffe mal, dass wir nicht auf den Kopf runterkommen, das Quatschen, ich glaube meiner Mutti, die hat das früher immer erzählt, aber als Kind bin ich hier stecken geblieben, ja siehst du, das war gute Aussichten, toll, wer kann das schon erzählen, ne, das ist schön, ein Fahrstuhl ohne Tür, schön, ja. Wie früher. Immer mit Aussicht. Das ist das Heiler. Danke. So, rechtzeitig aussteigen, sonst kommt der auf den Kopf wieder runter. Einwohnermeldeamt in Eppendorf, Heimsbüttel, neben den Grindelhochhäusern. Das ist aber hier hohe Luft, ne? Ja, Grindelhochhäuser, hohe Luft. Zehnter Stock. Zehnter Stock, ja. Wie ihr seht. Guck mal, letzter Stock, während weitere Fahrt ist umgefasst. Oh, jetzt haben wir die Ausfahrt verpasst. Jetzt kommen wir auf den Kopf wieder runter. Oh, es wird dunkel. Oh. Oh. Man sieht ja trotzdem nicht viel. Hilfe. Oh, guck mal hier. Nein. Ich sehe kaum was. Jetzt werden wir zerquetschen. Oh. Pssst. Es sieht aber ganz schön dreckig aus hier. Oh. So, jetzt mal. Es ist doch sehr dunkel hier. Eine Runde. Eine Runde. Eine Runde. Eine Runde. Eine Runde. So, jetzt haben wir den anhandeln. So. No. Pssst. Psst. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020